so irgendwie habe ich die einleitung vergessen ich wollte eigentlich sagen dass ich ein bisschen spät dran bin weil ja heute der tag der keynote ist und außerdem fahr ich jetzt zu einem kumpel also viel spaß das ist übrigens der feld aber es gibt voll den coolen effekt in den augen warte ja ja da hast du ein ring im auge ja gerade läuft schon der stream und ich schaue mir den gerade an danach muss ich ein video drehen ich hoffe das andere video für den vlogkanal kommt pünktlich allerdings werde ich halt mehr fokus auf den hauptkanal legen damit das video auch pünktlich kommt und jetzt schaue ich mir erstmal weiter also bis gleich ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, Video fertig gerendert, geschnitten und gerade im Upload. Wir haben mittlerweile 22.10 Uhr. Zwei Stunden braucht das Video zum Uploaden, weil das irgendwie 5 GB sind oder so. In 4K natürlich. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie das bei euch ankommen wird. Ich gebe mir dabei immer ultra viel Mühe, dass das super, 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 super schnell rauskommt. Nicht da irgendwie eine große Produktion hinter ist und das perfekt geschnitten ist oder so, sondern dass es wirklich auf Schnelligkeit geht, dass ihr die Infos eben so möglichst schnell bekommt, aber eben dafür super kurz, sodass das eben auf 5 Minuten zusammengefasst ist, so die wichtigsten Sachen. Und das Video findet ihr auf meinem Hauptkanal, falls ihr es euch anschauen wollt. Jetzt gerade baue ich noch das Thumbnail dafür und kümmere mich dann mal um den Vlog, damit der auch pünktlich um eins noch online kommt. Gut, wir sehen uns dann also gleich. So, alle Videos sind hochgeladen. Wir haben mittlerweile 1 Uhr. Ich gehe jetzt schlafen. Wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Vlog. Bis dann, haut rein und ciao.